Freunde, es geht wieder los. Wir haben eine neue Entertainment-News für euch und alle The Division-Fans könnten einen Schmankerl erhalten. Es wird Zeit zu überleben, liebe Freunde, und zwar bald im Kino. Liebe Freunde, wir haben ja eine richtig tolle Nachricht für alle Fans von The Division. Kürzlich hat Ubisoft sich ja gedacht, ey, wir gehen jetzt mal auf die große Leinwand und bringen erstmal Assassin's Creed raus. Ein Film mit Michael Fassbender, welcher so ein bisschen durchwachsende Kritiken hatte. Aber die Fans haben es eigentlich gut aufgenommen. Interessant ist da noch eine kleine Side-Note. Michael Fassbender hat in einem Interview gesagt, dass er sich eine Trilogie wünscht. Und dann könnten wir eigentlich diese ganze Film-Epos-Geschichte verstehen. Aber Ubisoft ist also ein bisschen jetzt heiß geworden, Filme zu machen. Also die haben Blut geleckt und haben direkt den nächsten Kracher am Start. Und zwar The Division. Genau, das wird nämlich in Zusammenarbeit mit Massive Entertainment produziert. Ubisoft Motion Pictures kennt ihr ja bereits aus Assassin's Creed. Ja, gut, kann man mögen, muss man aber nicht. Und bei The Division wird es aber, glaube ich, sehr spannend. Der Geschäftsführer von Ubisoft hat mich verlauten lassen, der gute Gérard. Wir sind sehr gespannt darauf, dem Publikum auf der ganzen Welt Stefans einzigartige Vision des Spiels zu präsentieren. Genau. Stefan ist nämlich ein Oscar-Gewinner. Und zwar reden wir von Stefan Gekkan. Der wird die Regie und zugleich auch das Drehbuch schreiben vom neuen Film The Division. Wann der Film in die Kinos kommt, steht noch nicht fest. Also ist noch in der Arbeit. Ja, ihr seht schon, also Drehbuch muss erst geschrieben werden. Da muss man natürlich die Schauspieler verpflichten. Ich weiß aber, dass hinter dem Produktionsstudio, ja, von diesem Studio, welches den The Division-Film dreht, Jake Gyllenhaal auch mit involviert ist. Also ziemlich, ziemlich cool. Also große Namen. Bleibt aber letztendlich die Frage, kann Ubisoft diese Atmosphäre von diesem Spiel, also nicht, ich rede nicht von dem Continent-Spiel, sondern von dieser grandiosen Atmosphäre von The Division, einfangen, auch auf die große Leinwand zu bringen. Das bleibt dann letztendlich die Frage, die wir uns alle stellen müssen, weil mit Assassin's Creed, Ja, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben ja natürlich dann diese postapokalyptische Manhattan-New-York-Welt. Die bietet natürlich sehr viel Potenzial und die Verantwortlichen haben jetzt auch schon bekannt gegeben, dass sie gewillt sind, Risiken einzugehen mit den Filmen und ein sehr hohes Maß auf die Story legen. Also es könnte etwas kommen, was wir vielleicht so in der Form gar nicht erwarten. Also ich würde mich da jetzt gar nicht mal so an Assassin's Creed orientieren oder so. Man muss einfach mal abwarten. Ja, also The Division, die Story an sich von dem Spiel war ja ein bisschen durchwachsen, haben viele in den Kommentaren geschrieben. Und deswegen meine Frage an euch, könntet ihr euch vorstellen, dass dieses Universum rund um The Division und die ganzen Erweiterungen, wenn man das alles zusammenfasst, dass das auf die große Leinwand als Film funktionieren könnte, wenn man sich dann auch noch ein bisschen an einem Legend orientiert? Oder sagt ihr eher, oh, ich traue das Ubisoft nicht zu nach Assassin's Creed? Oder ich fand Assassin's Creed zum Beispiel mega cool. Wenn das eure Meinung ist, lasst es uns unter den Kommentaren wissen. Wir wünschen euch noch einen fabelhaften Tag. Ich hoffe, dass ihr nicht draußen in dem verschneiten postapokalyptischen Ort seid, sondern dass ihr einen schönen Tag habt. Genau. Okay. Genau.